Hi, ich bin Jonas Klocke und ich bin 17 Jahre alt und, naja, gibt mir noch anderthalb Monate und ich bin 18. Tja, ich liebe Epic Music, ich liebe Martial Arts, auch mit Schwertern und so weiter. Ich liebe Mädchen, aber sie lieben mich nicht immer. Tja, mein Vorbild ist Will Smith und er hat einmal gesagt, du machst die Welt besser, indem du die Welt der anderen Leute besser machst.